Der Weg zu einer starken Zukunft Hochwertiger Unterricht in Kampfsport und Selbstverteidigung, aufgeteilt in altersgerechten Gruppen Bei uns lernt Ihr Kind Selbstbeherrschung, Disziplin und Respekt Durch regelmäßige Fortschritte findet Ihr Kind neues Selbstvertrauen Die sorgfältig ausgewählten Übungen sorgen für Koordination und Kraft Mit viel Spaß trainieren wir in freundlicher Atmosphäre und sauberen Räumlichkeiten Erfahrene Trainer und Mentoren betreuen und fördern Ihr Kind zuversichtlich und liebevoll Geben Sie Ihrem Kind die Chance, neue körperliche und mentale Fähigkeiten aufzubauen Die starke Zukunft Ihres Kindes beginnt heute TMA Kampfkunstschule, die Nummer 1 für kleine Helden